hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem comanda krieger kurz gucken die richtigen klick kriegen so ein wunderschönen tag hallöchen willkommen aus düsseldorf ich bin gerade auf dem weg nicht nach hause sondern zum zum fressnapf genau habe jetzt gerade meine freundin zur arbeit gefahren und bin jetzt gerade dabei zum fressnapf zu fahren und habe mir gedacht ich mache einfach mal einen kleinen schnuckeling hangout wo ich euch sage dass mir gut geht so einfach kurz und knapp themen die aktuell sind momentan falls um klitzekleinen umweg die umwelt muss es mir nachsehen auch mit meinem diesel twitchcon die twitch convention in amsterdam wird ohne comanda krieger stattfinden weil ich halt einfach davon nichts dieses ganze twitch via family gedönsel und ein twitchpartner soll 42 euro glaube ich zahlen um da zu sein der rhein hat hochwasser der rhein hat hochwasser ich kann man eben kurz so sieht das hier aus aber jetzt seht ihr ja nicht mehr das hochwasser natürlich scheiße da haben wir oberkassel die kamera ein bisschen so drehen so da haben wir oberkassel wir fahren mal links hier ist schön vorne das konfetti sehr schöner laden da habe ich früher kleiner fun fact als ich auf neuer geburtstags feier war das erste mal hummer gegessen an dieser stelle liebe grüße gehen raus an jola ja was gibt es sonst noch zu sein kino ist hier kino werbung wann wart ihr das letzte mal im kino ich war ewigkeiten nicht mehr im kino hier nixer fun fact da drüben ich weiß ich kann man sehen ja hier rechts ist eine tierarztpraxis da habe ich praktikum gemacht so als tierarzt beim beim gustel jetzt packe ich hier schön die kreuzung zu eieiei mal gucken ob die mitdenken er hat einfach mit zu denken die denken natürlich nicht mit ach ja ja komm rein zieh rein mein freund aus komm gib gas sasafras auch ein sehr schöner laden kannst du auch sehr gut fußball schauen ja tritt kommt wird ohne commander krieger stattfinden warum weil ich darf man einfach nichts halten das ist einfach so für mich dieses wir sind eine family und tralala und machen wir ein bisschen einen auf auf twitch cool und klar und ich kann mich irgendwie damit weniger identifizieren wenn ich mir diese ganzen ich meine geht mal jetzt auf twitch auf just chatting und scroll einfach mal so ein bisschen runter wenn man das ganze so sieht teilweise darf ich das so sagen weiß ich nicht weiß ich nicht ob ich das so sagen darf gibt es sonst noch was ja düsseldorf wird ziemlich umgebaut momentan aber zumindest hier links rein ist her da ist auch ein job hier diese diese fahrrad kuriere wisse auch müssen wir jetzt da sehen da ist auch so am rande des wahnsinns oder du kannst auch noch machen wenn du schlimm bist und das kommt ich habe mal richtig bock richtig gas zu geben läuft das eigentlich vernünftig hier mit der verbindung ich hoffe schon wie läuft sehr gut was war noch da gerade im chat auch mal zum ersten mal hoffentlich ich habe den hummer noch nie unter wasser gesehen ich habe den hummer oder ja nun mal noch nie unter wasser gesehen komm gib gas maus also schneiden kann sie mich aber gas geben nicht bist du schon oder wieder wach ich bin noch wach schon oder wieder so gut ich bin wieder noch wach hier neben mir seht ihr die u75 mal ein bisschen hier ich müsste echt mal so ein bisschen so ein video von meiner heimat drehen das war echt schön es ist auch krass wie sich das verändert hat ich meine ich bin 40 jahre ich komme ja auch gar nicht vor wie 40 also wenn er wenn ich mich anschaue wenn ich mich anfasse wenn ich an mir rieche komme ich mir nicht vor wie 40 aber komm wir machen das mal hier dann habe ich ein bisschen platz wir haben hier ein fortuna düsseldorf zack willkommen in düsseldorf erd da links jetzt muss ich mal gucken wie ich das am besten mache da links ja scheiße geht nicht ich wollte gerade ein bisschen links rüber fahren steigt ein wenn ihr fortuna seid jawohl so das hier vor uns dieses weiße gebäude das war früher mal luftschutzbunker den haben die umgebaut und haben da jetzt wohnungen eingekleistert fragt nicht wie teuer der bums ist jetzt fahren wir mal rüber dann brauche ich keinen kennzeichen film dann war hier so darfst nicht sehen darfst nicht sehen da vorne habt ihr die hertha kirche davor noch den wetzelhof und das ist der nikolaus knopplatz wo wir jetzt hier lang fahren das hier ist der nikolaus knopplatz hier war so früher meine halterstelle als ich mal zur schule gefahren bin also noch so der zeit bevor ich noch mit dem fahrradring gefahren bin das hier ist der gute alte nikolaus knopplatz mit unserem arabischen billardzentrum hier action hier war früher so ein granziger kick drin jetzt kommen wir hier zum hertha friedhof wo meine oma liegt eine meiner oma und auch sehr schön ich weiß nicht wo man das sonst hat hier ist 30 aus ich weiß nicht lärmreduzierung für tote dann haben wir hier ein wheel ja junge wagemut tut selten gut ich hoffe das geht so mit der verbindung ich habe auch ich habe auch video bei haja auf meinem youtube alles klar schön aber bitte keine eigenwerbung machen danke wenn ich mal nichts machen hier wenn so ein abschleppwagen hier einfach falsch steht so jetzt machen wir jetzt schon wieder rum jetzt hier rechts haben wir mclaren hier rechts haben wir mclaren und aston martin in so einer richtig ranzigen ecke dann gab es letzte woche gab es hier ein großbrand und zwar hier links auf der ecke sieht man das jetzt das ist hier komplett niedergemetzelt worden und jetzt fahren wir erstmal zu fressnapf jetzt ist aber die frage ich kann euch jetzt natürlich schlecht mitnehmen weg verpisst auf euch ich kann euch jetzt natürlich schlecht mit reinnehmen könnte ich schon aber ne dann muss halt wieder hier den ganzen Fick abklären deswegen machen wir mal eben so und machen tschüss bei bei